Hey Leute, euer Dominik. Ja, cool, dass du eingeschaltet hast. Es ist wieder Zeit für eine neue Transformation. Heute ist nämlich Friday. Like, herzlich willkommen in Hamburg wieder. Mein. Ich habe richtig Bock auf eine neue Transformation mit dir. Ich freue mich auch wieder total hier zu sein und kann es kaum abwarten. Cool. Ja, letztes Mal habt ihr, hoffe ich, das Video mit Like gesehen, welche Frisur wir erzielt haben. Heute haben wir uns was Neues überlegt. Ich gebe das Wort mal ganz kurz an dich, Like. Was hast du dir denn überlegt heute? Ich hatte mir überlegt, dass wir heute ein bisschen einen welligeren Look machen, sag ich mal, ein bisschen nach hinten. Dass es auch ein bisschen Beachboy-mäßig aussieht und schauen wir mal, was passiert. Ich glaube, du kannst ja wahrscheinlich eh alles tragen. Also von daher, wir lassen uns alle mal inspirieren, was Jungs hier zaubern wird und dann würde ich sagen, let's go. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja Leute, das war unsere Freitagstransformation. Ich gebe ganz kurz das Wort an Like. Ja, wie fühlst du dich? Abgefahren, gut. Also ihr habt wieder ausgezeichnet einen Job gemacht und bin sprachlos, wirklich. Okay, welche Frisur taugt dir eher? So die mit dem Pony oder jetzt diese? Ich finde beide unfassbar geil. Also wie gesagt... Also du machst es ein bisschen Outfit-abhängig, sagen wir mal so. Ja, das stimmt. Es passt, wie gesagt, jetzt auch ganz gut zu dem Outfit. Ich habe schon gesagt, hat eben sie ein bisschen ausgeeist am Stiel. Wer es kennt, noch kennt. Okay. Super geil. Ja, cool. Also auf jeden Fall kann ich nur bestehigen zu dem Look, wirkt es auf jeden Fall mega fresh. Und ich habe gerade schon gesagt, ich bin ultra neidisch auf deine Haarlinie. Ihr habt es selber gesehen in dem Video, wie unfassbar real diese Haarlinie aussieht. Da bin ich wirklich am überlegen, ob ich nicht echt mal so selber Hand anlege. Aber also auf die Fragen, ob ich selber ein System trage, nein, tue ich noch nicht. Das kann sich aber schnell ändern. Ja, ich würde sagen, lasst ein Like da für Like. Like für Like, würde ich sagen, das ist ein neues Hashtag hier für uns. Und dann checkt uns rein an Kanäle, Facebook, Instagram, abonniert natürlich unseren YouTube-Channel. Abonniert vielleicht auch mal Like. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao, euer Dominik. Und wie gesagt, Like für Like. Und wie gesagt, Like.